Bing Bong. Achtung, Achtung am Gleis 3. Es fährt ab die RB61 nach Dresden Hauptbahnhof über Ebersbach, Sachsen, Bischofswerder, Dresden-Neustadt. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. DB Regio begrüßt Sie in der Regionalbahn nach Dresden Hauptbahnhof. Nächste Station, Mittelherrwigsdorf. Halt auf Verlangen, bitte Haltewunschtaste betätigen. Sehr verehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie in den Fahrzeugen der DB Regio die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Fahrt. Vielen Dank. Ding Dong. Achtung, Achtung am Gleis 1. Es fährt ab der ICE 73 nach Zürich Hauptbahnhof über Hamburg Hauptbahnhof, Frankfurt Main Hauptbahnhof, Basel SBB. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Achtung am Gleis 7. Ein Zug fährt durch. Ich wiederhole, Achtung am Gleis 7. Ein Zug fährt durch. Herzlich Willkommen im ICE 73 auf der Fahrt nach Zürich Hauptbahnhof über Hamburg Hauptbahnhof, Frankfurt Main Hauptbahnhof, Basel SBB. Der nächste Abfahrt ist Neumünster. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen Neumünster zur planmäßigen Ankunftszeit um 7.28 Uhr am Gleis 5. In Neumünster erreichen Sie alle vorgesehenen Anschlusszüge wie geplant. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Ding Dong. Herzlich Willkommen in Neumünster. Sie haben Anschluss an den Regionalexpress 21054 nach Flensburg über Rendsburg-Schleswig. Die Abfahrtszeit 7.33 Uhr von Gleis 4 direkt gegenüber. Und Nordbahn-Eisenbahn-Gesellschaft 82177 nach Bad Oldeslohr über Bad Siegeberg. Die Abfahrtszeit 7.37 Uhr von Gleis 1.